Ich verfüge über jahrelange Erfahrung als Moderator im Bereich Radio und TV und den damit verbundenen Stimmcoachings in verschiedensten Tonlagen, Varianten, Stimmimitationen und Dialekten. Das Ganze unter anderem für Imagefilme, Werbespots, Trailer, Station Voice, PC oder Hörspiele. Demos hierzu finden Sie entweder hier auf meinem Bodalgo-Profil oder auf meiner Internetseite pinkhopper.de. Aufnahmen können in meinem eigenen Studio in der Nähe Augsburgs gemacht werden. Das bringt Ihnen entsprechende Zeit- und Kostenersparnis. Alle gängigen Formate sind möglich. Daher würde ich mich sehr freuen, gerne auch langfristig für Sie tätig sein zu dürfen. In diesem Sinn, man hört sich!